Nee, ähm nicht, ich hab's extra ausgewechselt und verkauft. Äh Sven, das war keine Absicht, ich wollte, ich wollte nur da oben schießen, das war keine Absicht. Ach so, was haben wir jetzt als Quest? Ja, okay. So, mal, kann man R machen, suche uns chirurgisches Werkzeug. Wo ist denn das? R, ne? So, glaube ich, ne, ne, so 200 noch was mit. Ja, ja, knapp drei, ne? Ja, ja, das ist schon nicht so schlimm. Nee, ich hab, ich wollte eigentlich die Hexer abschießen, weißt du, und, naja, hab dann aus Versehen die Ecke getroffen, Granate, ich hab mich schon gebunden, halt. Hab mich auch schon gebunden. Ich 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 hör's noch nicht bummern. Ich hör's bummern. Rechte Seite oder da? Ähm, komm mal her, Munition. Munitions-Ban. Ist immer gut. Hier lang? Oder wo? Ich nehm mir die Schrotz. Ich wollt mir die Schrotz rein. Oh, das musst du sagen, dass du, wenn du die Schrotz immer nimmst. Da hätt ich dir die Schrotz. Siehste doch, ich hab die Schrotz. Komm von in die andere Richtung, du bist aber in die andere Richtung. Also, wenn die Schrotze dann leer ist, versuche ich dann mit der Sniper zu machen. Wo ist er denn hin jetzt? Was hat er denn da lang? Genau, ein Zombie. Reift nämlich an, ich hab mich doch getraut. Wo denn? Hier lang? Irgendwie. Ja, genau dort. Genau dort. Also, machst du ab sofort Schrotze, dann tue ich dir das alles auf jeden Fall mal. No? Ist aber kein Ding. Was nimmst du? Hexe! Warte, ich muss noch mal, ich muss noch mal. Nee, ich hasse die Hexe. Ich habe irgendwas bummern gehört. Ah, weg, weg, auch immer, ich greife die mich an. Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ich hab's, ich hab's. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ich konnte die, ich konnte die gerade absnacken, wo sie... Ich hab aber irgendwas bummern gehört dort hinten. Wollt wir dort nochmal hingehen. Wir wollen hier, Klinci. Schön lehrt zum bummern. Wir sind Hexen. Doch, hier sind doch, ist ja wieder der Kunde hier, dieser mit einer einer Hand. Nee, wie gesagt, was nimmst du denn für Waffen? Ich kann das Scharfschützengewehr nehmen, und... Oh gerne! Anfeuerhaft Pass auf, wir hätten jetzt ins Feuermarsch stehen bleibt Ja ja, nur noch Hier gibt's Fressen Hier gibt's Fressen Woah, fuck die Bitch, ey Woah, böse ist das, ey Das ist ja echt uncut Ah, das ist sehr bitter Hier ist ne Inflation Glitch, Platz unten Pass auf Ich hab einen gefunden Wo denn? Wo ist die? Ja klar, und ich nehm das Fressen, toll Hier sind wir daraus mal vorbeigeladen, hier ist doch dieser Rosenstraufer Wo du vorerst mal durch den Zaun geclitcht bist, wo du gesagt, ich muss dir was zeigen Jaja Doch, das hab ich alles noch Matthias, halt Wenn du Schrottflinte nimmst Ja? Ich hätte eine mit Schock drinne, die macht 5300 Schaden Ähm Aber nie, wenn er vielleicht der Martin nimmt Ja, aber ich weiß ja nie, was er dann macht Ja, zeig dir, wirf mal raus Wirf mal raus Ja, da guckst du dir die mal an, weil dann kannst du nämlich, dass du die Schrottflinte nehmen Ähm, Dirk, du musst mal auf uns aufpassen Hier, unten liegt sie Nee, bei mir, nee, bei mir ist sie 4795 Kannst du wieder haben Gut Und gegebenenfalls verkaufen Was, ähm, hast du auch Hast du auch, ähm, MG? Bloß Aids, was ich halt, aber nutze immer wieder Jaja, eben, deswegen frage ich, ob du's benutzt Der mit seinem Flammending schon wieder Jaja Ja, mach dir sogar das Flammending aus der Hand Oh, wenn's, wenn's irgendwie so'n Flammen-Mod geben würde Hier gibt's, äh, Schrott-Munition Wo denn? Äh, ich hab da oben was gefunden in den Haus Ach, da muss ich erstmal nachladen? Ne, wa? Nachladen immer Nachladen ist wichtig Jaja, jaja Was ist doch mit diesen Flaschen, diese grünen? Kann man die irgendwo verkaufen? Was sind denn die gut? Was denn? Welche? Ja, diesen komischen Conveneur, ihr wisst, diesen Champagner Ähm, ich weiß es nicht, verkauf's einfach irgendwo Hier müssen wir lang Ach du, lecker, lecker mich, ey Oh, die Schrotze, die haut richtig rein, sag ich dir, ey Die zerfetzt richtig Ich hatte aber oben was gefunden gehabt Ja? Ja Ähm, ich meinte so in der Art Oh, ne Hier, ähm, Dirk, hier ist ne brutale Teule für dich Oh, ich hab keine Ausdauer Was ist denn hier drinnen? Ich bin manchmal nur selber Machen keinen Namen Oh Wer lebt ja noch, der Bengel Okay Matthias, links lang Ich hab, ich hab wieder Wut Ich hab, ich hab wieder Wut Kommt der zu mir oder was ist? Ich bin nicht an einem Wasser die ganze Zeit zu bleiben, es ist kalt Kommst du, Matthias? Warte, wo? Der ist schon dort Der ist auch Hast du, äh, hast du zufällig auf den Off geschaffen gehabt? Na klar Ach, der hängt bloß so, oder wie? Der, der, der Dirk, rennen wir nicht so weit Ja, ich geb... Geh, ich kann bloß mit Wasser stimmeln Das hier hat wie gesagt Ich hab Brückendeckung immer Oh, das ist schön, das ist schön Was, du von hinten? Puh Ich bin nur einer Ah, okay, das lassen wir mal Das wäre ja ohne Kopf Hehehe Hehehe Kommt der? Das war's Oh, Feuerkraft, Herausforderung Aha, cool Dirk, wenn du, ähm, Muni findest, sag auch mal Bescheid Achso, was brauchst du direkt für Muni? Schrotze? Schrotze, ne? Ja, da muss ich gucken immer Gut Der lebt noch Aber egal, der verbräst Ja, du lebst Du kein Tierquäler Jetzt aber nicht mehr Ich war ein Humpfhaus, ist ein Humpfhaus Warte mal Lass dir ne Ruhe hinten, der ist friedlich, da macht niemand Wer? Lass mal den Ruhe, den großen Brummer Warte mal Warte mal Du, äh, Sven anschließend Ich versuch mich von hinten ran zu steigen Ach Mensch, dieses Arschloch Du, wieso rennst du genau in der Schusslinie? Darum Darum Weil ich sag, komm hier rein Ich leb da noch Ich aber nie Wo bist du? Wo bist du? Ach, du bist doch gar nicht, Sven Ich dachte, ich bin jetzt hier neben mir Wo bist du, Sven? Ich dachte, es ist ja Sven jetzt hier neben mir Ich dachte schon, mit wem quatschen wir sind Was ist denn mit dir passiert, Sven? Ich hab grad in der Kälte losgefeuert Und da kam dieser Vollpfosten an mir vorbei gelaufen Und natürlich hat's vor mir explodiert Wieso hat's denn den Dirk nie mitgezogen? Wieso hat's denn den Dirk nie mitgezogen? Keine Ahnung Keine Ahnung Was ist das denn? Help me, I'm dying! Oh, nö Dirk hinter dir, nimm dir irgendwie Scheiße, scheiße Geht weg, geh weg Oh, nö Alle noch erleben? Ja Ich brauch schrotzen, Moni, so ne Scheiße Na, muss ich jetzt auf die Hand Muss jetzt auf die Handpistole umgehen Umsteigen, so ein Rotz Wirst du überleben Ja, ja, das auf jeden Fall Wieviel hast du gesagt? Wieviel Kraft hat deine Deine Handfeuer? Nee, ja, wieviel hatten die überhaupt? Wieviel hatten die? Nur so aus Neugier Nochmal weiter, sicher Erstmal benutzt das Slip Ja, die Handfeuerwaffe Die macht 4-3 Ich hab knapp 2-6 War das, wer war'n das? Wer war'n Hast du jetzt Dich oder mich geheilt? Ich hab das jetzt nicht mitgekriegt Hier sind wieder diese Katana Katana Oh, geil Ich komm mal gucken Vielleicht kann ich ja wieder eins austauschen Was soll man jetzt hier finden? Wisst du das? Äh, einfach mal die Schränke durchsuchen Jaja, ich geh mal kurz ins Inventar Hinfälliges Katana Hinfälliges Katana Hins след Sind unsere Tympen Ich saue hier alles ab Brauchst du ein Katana? 2360? Ach, nö Bei mir sind da wieder andere Werte aber ich bin mit den handfeuerwaffen zufrieden weil damit kann ich besser umgehen täuscht ach was zu trinken liegt hier draußen genug dosen 20 films mit 60 ich habe ich habe ich habe ich habe ich will es ist ich kann sie sagen weil ich habe schon angefangen zu spielen ich bin erst beim dritten schritt jetzt müsste aufpassen entweder kommt jetzt eine hexe und wir müssen die quest umstellen wenn er mit der hand kommt versuche mal in die hand reinzuschießen wenn ich vor dem stelle wenn er mit der hand kommt wie gesagt in die hand schießen begeben jetzt ab dieses oder ja der mit dem er das ding habt warte mal quest umstellen ich habe selber gesagt und macht es nicht doch wir laufen in falsche richtung ich habe Was hab ich denn mit Westen ausgesucht? Ach, R, ja, ja. Was, jetzt? Bist ich nicht. Ja, meint ihr? Ja, ich hab meine gerade in Westen R ausgesucht. Er hat mich wieder aussuchen. Doppelklick ist aufgedrückt und kommt gleich zu denen. Ach so geht das. Hab mich schon kompliziert gemacht. Hier, Baseballschläger, Clinch für dich! Ich will diesen, nein, ich will diesen, Dingshorn. Was willst du haben? Ich komm nicht auf den Namen immer, diese Chilo, Chilo Skeletto. Warum? Was willst du damit? Ich will die Mod machen. Let's take a look. Das ist für die Hexen. Nein, das ist für die Hexen. Nein, das ist für die Hexen. Nein, das ist für Josef, Pan. Ich bin aus, ich bin aus. Oh, das ist für die Hexen. Das ist doch nicht normal! Also, ich bin aus. Lass mich durch, ich bin Orts. Fuh, ich muss ein Typ. Hat'n der, was hat'n der gehabt, wie ne Waffe? Der hatte hier, äh, beeinträchtigen Doppelklinge. Achso, nee, brauch ich die. Das wär vielleicht was für Matthias. Wo denn? Kann er noch mal das aufmachen hier? Ja, ich mach' die auf. Wo denn? Jock, Sven? Hier ne Kiste noch mal eh. Warte, ich hab's aufgesammelt. Ich zeig's dir dann gleich. Jojo. Äh, nee, du brauchst mir bloß die fertig gefahren. Um die Thermis. Äh, beeindruckend. Äh, die hat 664. Ich hau sie mal raus. Kannste selber noch mal gucken. Nee, nee, nee. Ich hab, ey du, ich bin bei 3K. Nee, danke, aber ich bin bei 3K. Da musst du ja gucken, ob sie bei dir was anderes anzeigt. Nö. Bei mir zeigt sie, lass mich gucken, wo war'n das jetzt? Bei mir zeigt sie 744 an. Also knapp 100. Knapp 100. Musik, Musik, Musik. Aus weg dort. Ja, sagt es. Laber doch drüber, Klänge. Ich hab' ausgemacht. Laber er doch drüber. Ich wollte eigentlich die Kiste mir angucken. Erstmal kommt man auf diesen. Ja, das ist schlimm, no. No. Wir haben noch Musik extra in Optionen ausgestellt, um das überhaupt dann noch anzusetzen.